Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 18. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 835 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Sound United, PS5, Android 11, Philips Hue und SSD Kit. Ich beginne gleich mit Sound United. Sagt euch das etwas? Wahrscheinlich den meisten nicht unbedingt. Das ist eine, wie soll ich sagen, Muttergesellschaft, die sich einige andere Firmen aufgekauft hat. Man kennt es, Samsung hat zum Beispiel AKG und Harmar Kandom gekauft. Und ähnlich ist es auch generell in dem Bereich der Lautsprecher und der Musikwiedergabemöglichkeiten. Sound United, denen gehört zum Beispiel Denon Polk Audio, eine sehr schöne, teure Marke, Marantz, unter anderem auch Heos und so weiter und so fort. Und die möchten jetzt anscheinend auch Bowers & Wilkins aufkaufen. Von denen habe ich ganz tolle Kopfhörer. Und wir hatten in der Daily auch schon mal etwas verlosen dürfen zu der 800. Folge von unserer Daily Ausgabe. Und jetzt bin ich gespannt, ob die sie aufkaufen werden. Ist wie gesagt in dem Bereich gar nichts Unnatürliches oder Unnormales, weil eben immer mehr die ganzen Brands untereinander zusammenkommen, wenn man das so sagen möchte. Weiter geht's mit der Sony Playstation 5. Anscheinend soll Amazon den Preis durchsickern lassen haben. Ganz kurz tauchte das Produkt mit einem effektiven Preis auf. Kosten soll es 499 Euro für die Ausgabe mit dem zusätzlichen Blu-ray Laufwerk, also mit der analogen Möglichkeit Spiele zu kaufen und wiedergeben. Die digitale Version, weiss man ja, kostet 100 Währungseinheiten weniger, somit wahrscheinlich 399 Euro. Das wäre definitiv spannend, der Angriffspreis. Zumal man ja bei Microsoft noch nicht genau weiss, in welche Richtung das gehen soll. Aber in die Richtung hat die Gerüchtewelt schon immer wieder mal ein bisschen gezeigt. Auch spannend ist, anscheinend soll Sony an der neuen und total überarbeiteten Benutzeroberfläche von der Playstation für die 5. Version am Arbeiten sein. Da dürfen wir natürlich gespannt sein, wie das wird. Microsoft hat sich ja da im Gegensatz komplett dagegen entschieden und gesagt, sie bringen die Oberfläche auf der neuen Box wie auch auf den alten gleich, so dass man von der einen zur anderen wechseln kann und sich immer heimisch fühlt. Das hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Wer das schlussendlich den besseren zieht, wird sich zeigen. Aktuell sind die Android-Wochen, also so 11 Weeks of Android, wie das Google schön nennt, während 11 Wochen verraten sie immer wieder mal neue Funktionen, die in Android 11 reinkommen. Und eine dieser nennt sich Nearby Sharing. Das ist so das Airdrop für Android. Da haben sich ja nicht nur Google versucht und auch diverse Hersteller mit eigenen Lösungen, Xiaomi, Oppo, Huawei, Vivo etc. haben da Möglichkeiten an Möglichkeiten rumgebastelt. Jetzt möchte Google das endlich in Android global drin haben. Und die Funktion schaut interessant aus. Also wenn das so kommt, wie man es da sieht, und das kommt, weil Google hat es vorgestellt, dann wird das auf jeden Fall eine runde Sache. Und ich freue mich drauf, weil das ist etwas, was ich unter iOS sehr fleissig und gerne nutze und auch gerne drüben gehabt hätte. Wenn es dann auch noch mit dem iPhone funktionieren würde, global und so weiter, wäre das natürlich noch toller, wenn man das Ganze so nutzen könnte. Für die Verbindung, für diejenigen, die es ein bisschen genauer wissen möchten, kommt da Bluetooth zustande. Also die Erstverknüpfung geht über Bluetooth. Die Daten ausgetauscht werden nachher über den WLAN. Also Bluetooth initiiert das Ganze nur eine Verknüpfung der beiden Geräte. Gehen wir weiter mit Philips Hue. Die haben gleich eine Reihe an neuer Produkte rausgeworfen. Zum einen ist das eine neue und vor allem helle E27, das sind die normalen grossen Birnen, die vergleichbar mit einer 100 Watt Lampe, wie man sie von früher her kannte, kann nämlich mit 1600 Lumen funktionieren, auf den Markt gebracht, mit der man schön einen Raum ausleuchten kann. Ich werde mich auf jeden Fall auf die stürzen, sobald die da ist. Wir haben doch den einen oder anderen Raum, wo wir sonst ein bisschen unsere Grenzen stossen. Auch haben sie neue Deckenleuchten, so Spotdinger, rausgebracht. Sie haben neuen Lightstrip Plus, eine Möglichkeit, wie man so einzelne Stränge zusammenbinden kann. Sie haben Bloom, eine Tischleuchte vorgestellt und so weiter. Wer sich dafür interessiert, wie immer auf daily.geektalk.ca ist ein Link dazu oder direkt in euren Shownotes auf dem Podcatcher eures geringsten Misstrauens. Weiter geht's mit einem Apple SSD Kit, den es jetzt für Mac Pro gibt. Nachdem Apple für das Mac Pro in den letzten Tagen eine schnellere Grafikkarte für das neue 16 Zoll nachgeliefert hat, das in sich hat, auch vom Preis, natürlich aber auch von der Leistung, kommt jetzt für den Mac Pro ein SSD Kit. Bis anhin musste man das von Apple direkt einbauen lassen oder natürlich von einem Drittanbieter, der ein autorisierter Service Provider war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man kann sich eine 4TB SSD oder eine 2TB SSD bestellen bei Apple und gleich selber einbauen. Auch das geht ins Geld, aber Speicher ist halt nicht günstig, wenn es SSD ist, in der Grösse logischerweise. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch habe aufgaben können. Ich hoffe, morgen gibt's auch wieder ein bisschen was. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinschaltet. Wenn es heisst, guten Morgen in der Geek Talk Daily. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.